Also bei dem Auto kann man auch oben draufstehen, ohne runterzufallen. Du willst dich töten? Ja! Voll in die Fresse! Nein, ich hau! Ja, du schiste Loser! Oh nein! Junge! Oh, ich höre hier im Kopf. Hallo Freunde! Hallo Zombie! Und damit Moin Leute! Herzlich Willkommen zu der neuen Folge von GTA 5 Online! Leute, es geht mal wieder weiter mit den guten alten Heist, dementsprechend. Hi Zombie, hallo Maudado und hallo Schlingel! Hallo! Hallo! Was lachst du da? Auch nix. Manu hat gerade einen Stunt gemacht. Oh, geil! Der war habsichtlich so cool. Spar dir die Stunts, Alter, für die Heist auf. Denn ich weiß gar nicht, was uns als nächstes uns erwartet, aber ich gehe in mein luxuriöses Apartment, welches ich mir in den letzten Monaten hart erarbeitet habe. Entschuldigung. Er hat sich einfach in die Luft gesprengt. Der Arme. Du kannst doch nicht lachen. Doch. Er wollte mich nämlich umbringen und hat sich selbst umgebracht. Nein, nein, nein. Das war Absicht. Oh, heute Konvoi. Entführt ein Meriwether Konvoi in Blaine County, um euch thermische Sprengladungen zu verschaffen. Die braucht ihr für die Sicherheitstüren der Pacific Standard. Ei, ei Kapitän. Da lade ich meine Mannschaft doch einfach mal ein. Hä? Ich habe keiner. Ich habe auch noch keiner, aber die kommt jetzt. Ja, da ist sie. Jetzt ist sie da. Aber leider, Zombie der bei Rubel. Was ist das für ein Clan? Da ist ein Rubel drin. Da ist Maudado auch drin. Was ist unser Clan? Ach jetzt? Lol, noch nicht mal Level 100. Was für ein Noobs spiel ich denn? Hey, ich bin nicht mal Level 50. Kann nicht jeder hacken, ne? Oh. 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 Wieso hat Zombie eine Waffe gezogen? Du siehst schon was? Ich will euch alle umbringen. Die bei mir hat er einfach eine... Oh, Papierdüte. Ja. Oh, so schön. Nice, Alter. Da kommt wieder die Gang. Ja, Manu. Muscle Shirt. Weißt du, einmal Muzzle Beach und jetzt schon hier einen auf dicke Hose. Na klar. Kann ich bei jemandem mitfahren? Also ich seh immer noch nix, bei mir lädt er. Ah, er lädt, okay. Ich seh mein Interface nicht. Okay. Zack. Stimmt, ich seh meins auch nicht. Ich fahr gern drin im Spiel, aber es lädt. Okay, ich warte. Ich kann nicht schießen. Stimmt. Ich hör sogar was. Hä? Ich kann schießen. Ich hör Schüsse. Ja, ich schieß doch auch. Ja, ja. Der Maudado kann schießen, als einziger. Ich kann auch nix. Was? Oh, Manu hat dich richtig geladen. Was ist das denn? Ja, ich bin immer noch nicht dran. Ich kann aber nicht schießen, nur meine Waffe hochhalten. Ja, ja, das kann ich auch nur. Ich kann hier auch nur so ein bisschen. Hört schon mal. Jetzt kann ich schießen. Ich kann schießen. Nein, nein, hör doch auf. Ich kann immer noch nicht. Muss ich vielleicht einmal raus? Ja, außerhalb vom Auto kann ich nur schießen. Ne, ich kann gar nicht. Ich kann nicht meine Waffe wechseln. Ich auch nicht, aber ich hab im Auto die Waffe gewechselt. Ach so. Dann kann ich draußen schießen. Ja, stimmt. Warte jetzt. Yay. Aber ich hab trotzdem keinen Punkt. Ich hab auch kein Fadenkreuz. Ich auch. Wir spielen im Realistik-Modus. Stimmt. Ist der neu? Ist lustig ohne Manu. Warte, warte, warte. Was denn? Oh Gott, sorry. Aua. Lass mich mal einsteigen, Paluten. Ich hab ne Idee. Okay. Es wird aber ein bisschen dauern. Warte. So, Beifahrer. Was machst du denn? Wir sind unsterblich. Warte, kann ich dich springen? Erstmal. Nein! Vielleicht außerhalb vom Fahrzeug? Mein Fahrzeug wurde zerstört. Wir müssen einfach Maudado, wir müssen unsere Leben verlieren, damit wir neu starten. Ah ja. Okay. Leute, seht ihr mich? Nein. Ne. Bist du tot? Oh. Ah, ich hab mich selber aufstrengen. Aber wir verlieren trotzdem keine. Wir sind... Jetzt sind wir im Todesbildschirm gefangen, oder Maudado? Ne, Maudado ist hier. Ich bin wieder da. Ich bin im Todesbildschirm gefangen. Zwei von vier sind schon raus. Ne, hier bin ich unsterblich. Ah! Maudado! Nein, du brennst! Hey, das dürfen wir schon kein Leben mehr haben. Ja. Auch immer. Schon nach meinem Tod nicht. Ne, das ist einfach komplett verbuggt. Ja. Stamm, Alter 4. Hier brennt gerade alles. Ja, Alter 4. Es geht nicht anders. Jetzt bin ich auf einmal Mucke gehört. Was war das denn? Stimmt, ich auch. Als ich ganz kurz Alter 4 gedrückt hab. Wie ein Engel. In meiner Hose. Bim, Bim auf dem Boden. Bim... Bim's auf Boden? Ey, Bim's auf dem Boden, Leute. 11 Bim's auf dem Boden, Leute. 11 Bim's auf dem Boden. Oh, Lalo! Oh, Lalo! Oh, Lalo! Mitten auf dem Boden! Beitreten. Ich hör schon Explosionen! Woohoo! Palette ist bei... Oh, er war bei mir. So, Leute. Da sind wir wieder. Ich muss jetzt hier direkt wieder into my Apartment. Es tut mir leid, Leute. Aber manchmal sind die GDA-Server, weißt du? Die funktionieren nicht so, wie man sich das vorstellt. Ja doch, manchmal funktionieren sie. Wo muss ich hin? Da vorne. Dein Haus ist da. Wo ist das? Da. Okay, danke. Nein! Ja! Geh schnell rein! Nur mal da, du. Geh, geh rein. Du schaffst das. Du schaffst nichts. Okay. Steh! Aber nur weil du da so provokant stehst. Hä? Warum hab ich keine Einladung? Wartet! Ich hab keine Einladung! Ich hab echt keine Einladung! Aus aktueller Sitzo, warte... Hallo! Ja! Ist ja jetzt! Erster! Ich werde erster sein. Ich werde erster sein. Ich werde erster sein. Oh, mal gucken, mal gucken. Ich auch. Oh? Oh! 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 Jetzt aber! Jetzt wird's was! Glaubt mir! Drück die Daumen, bitte! Also, ich seh was! Es ist alles gut! Ja! Yay! Bei wem darf ich mitfahren? Bei mir! Wir fahren alle bei Zombie! Zombie! Hä? Keiner geht zu mir? Nee, gemeint, weil bei ihm ist viel Platz! Ja, bei mir auch! Zombie, bitte! Bitte! Kann ich hinten drauf? Ja, kann man! Also, du kannst oben drauf stehen! Oh! Kann ich Beifahrer werden! Also, bei dem Auto kann man auch oben drauf stehen, ohne runter zu fallen! Ja, geil! Ich fahr hier! Au! Außer der macht das! So! Bin drauf! Okay! Mit F kannst du einsteigen! Du brauchst dich einsteigen! F um Respekt zu zeigen! Kann man aber auf! So viel cooler! Jetzt kannst du dir Waffe ziehen, Granaten durch die Luft werfen! Ich kenn einen Schleppchen! Dann töte mich! Ja! Klingt gut! Dann fahren wir nochmal sechs Kilometer! Dann Bus! Die Konkurrenz! Manu braucht unverlässig auf der Menilab! Ja, ja! Bin der einziger Unfall! Oh, man sieht ja auch das Auto, was da rumsteht! Ich nehm ne Abkürzung! Wow! Und gleich! Kann sein, ja? Du lieb! Oh Gott! Nimm auch den Berg, Zombie! Abfahr über den Berg! Ja, ich hab's irgendwie geschafft! Ich weiß nicht warum! Okay! Ich hab, weil ich wegen meinem magischen Zauber starb! Okay, warte, ich ne Manus Abkürzung! Der ist, glaub ich, der hochgesprungen! Oh oh! Bitte! Bitte! Die Wiesel! Oh! Astrein! Ich bin doch da! Oh oh! So, schnell! Hälst Warniol auf! Der ist hinter uns! Echt? Ja! Nicht mit ner Hax! Du brauchst ne Waffe! Okay! Was denn? Nein! Der rammt uns gleich! Du willst dich töten? Ja! Ja! Voll in die Fresse! Nein! Ich hau! Ja! Boah! 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 Schafft nicht auszutricksen. Jetzt kriegt ihr uns nie wieder. Das ist so, als wenn ich voll den Porsche hätte. Boah! Nein! Nein, Tom, ey! Ich bin ins Wasser gefallen! Hahaha. Ich hab sie... Nein! Hilfe! Wie geil habt ihr euch denn platziert? Oh nein, denn Wang lebt noch? Warte, ich steig jetzt einfach ein. Los geht's. Kommt, Leute. Aber krass, dass du noch lebst. Hatten wir nicht. Spaß? Ja, hast du alles verpasst? Das war die tollste Fahrt aller Zeiten. Das war so klar, dass du den... Vor allen Dingen, ups! Ich bin so richtig anvisiert. Ach, das Auto ist so cool. Wohoffen sie nicht so die Stärke von dem Auto. Das ist mir bis dato nicht aufgefallen. Oh, hier hab ich glaube ich mal den einen Jeep versenkt. Aber er landet ganz gut. Hey! Hi! Hallo! Das haben wir davor schon probiert. Ich helfe euch. Warte, ich kann euch nochmal helfen. Wer hält da was Böses raus aus dem Wagen? Durft auf mir. Ich will nicht surfen. Der Wahnsinn. Na okay, okay, Frieden. Okay. Sind wir da? Ne, noch nicht ganz, aber fast. Oh nein! Der wollte doch nur wandern. Oh, der auch. Hey, hör doch auf! Warum? Ich will dann vorbei! Ich wollte euch gar nicht mehr rammen. Ja, aber ich wollte dich rammen. Okay, war spaßig. Mann, wann kommt denn der Konvoi? Wartest du schon? Ich glaube, der fährt hier gerade um die Ecke. So, mein Auto geht's wieder gut. Natürlich. Ich sag, wenn ich was sehe, was aussieht wie Konvoi. Ach da! Müssen wir die Tür? Aber der ist da nicht um die Ecke gefahren. Der ist einfach gespawnt. Bei mir ist er um die Ecke gefahren. Wir müssen den klauen! Oder? Ja, ich bin erstens gestorben. Oh Gott! Wer hat mich erschossen von euch? Keiner! Du bist einfach umgefallen. Der Lastwagen wurde gestorben. Der Lastwagen wurde gestorben. Aber warum bist du sofort gestorben? Ich glaube, einer von euch hat mich von hinten geschossen. Weil ich meinen Wagen als Deckung nicht nehmen konnte. Und da sterbe ich dann immer instant. Ach so, Mondado, du bist auch gestorben. Ja, es war keiner von uns. Also, ich stand hinter dir. Eben, ja. Ich hab dich definitiv nicht getroffen. Ich auch nicht. Warte, musst du mir jetzt wieder warten? So, Granaten in den Arm. Was ist das? Hey, mein Wagen! Hey! Na, guck mal hier! Hey, du kleiner Franz, du! Wo ist meiner? Ich hab meinen wieder bestellt. Oh, guck mal, das ist meiner. Können wir auch als Barriere benutzen. Oh, ja. Au, was denn? Das war halt echt... Das war halt keine Absicht! Du hast ihn direkt getötet einfach. Ich hab dich gekillt? Ja. Ja. Was? Warum? Wie schnell stirbst du denn? Ja, Junge, du hast mich mit dem Auto angefahren. Ja, wir müssen erst mal uns hier platzieren. Damit der Helikopter kommt. So, andersherum, ne? Dann können wir wegfahren damit. Ja, falls du halt so viel überlebt. Obwohl, aber die Fahrerseite ist auf der anderen Tür. Da, hier, wir haben noch ein Auto. Oh, da oben kommt schon der Konvoi. Ja, komm mal. Wie gehen wir vor? Wie gehen wir vor? Ich weiß es nicht. Die Tür gehen in Deckung und ballern die ab. Habt ihr schon einen rausgesniped? Ja, ich hab das hintere Auto. Ja. Ja. Der mit dem MG hab ich. Ich seh's. Zwei Leute hab ich Leute erschossen. Und einer ist ausgestiegen. Oh, ich hab glaub ich den Fahrer ge... Oh, pass! Oh, ich hab glaub ich den Fahrer ge... Ich hab den... Oh Gott, das ist doch nur der Beifahrer. Okay, ja, sehr gut. Oh, jetzt müssen wir nur aufpassen, dass der uns nicht komplett... Ja. Der macht ultra viel Schaden, deswegen bin ich dead. Hab ihn! Der hätte mich auch gerade instant getötet. Nein! Ins Gesicht geschossen. Was ist passiert? Ich hab mich mit der Deckung instant getötet. Mit einer Kugel. Ach, aber wir hatten kein Leben mehr. Hä? Ja, weil Paluten gestorben war. Aber... Weil Paluten ermordet wurde. Ja, mein ich. Nee, das war... Das war ein Unfall. Ich bleib in Deckung. Der schießt scheinbar gerne auf mich, der Typ da in seinem Scheißgeschutz. Vor allem hast du gesehen, wo ich stand, son. Weil ich stand oben auf... auf meinen Wagen. Ich bleib jetzt aber hier. Ich kann doch nix. Guck mal. Was siehst du? Nice. Ist der tot. Oh Gott! Was denn da mit dem? Kleiner, wir müssen aufpassen. Ach du Heilige. Ja toll. Sind die direkt nebenan. Was ist das denn? Was ist das denn? Ja, wir dürfen nicht mit dem Raketenwerfer. Äh, die jetzt einfach... Der EMG ist tot. Der EMG ist tot. Der gefährliche. Nice. Double-Edge-Shot, Leute. Sag, nice one, nice one. Einer wollte da oben aufs EMG klettern, dann hab ich weg. Nice. Kurz nachladen. Und die sind auch da. Die schicken wie immer wieder auf. Äh, weil die mega viel aushalten wahrscheinlich. Doch, einer ist da noch irgendwo. Ja, zwischen den Werken. Da unter, ich seh seine Füße. Ich hab Floll, er ist tot. Okay, sind alle down? Ja. Ja! Ich hab die Füße getötet. Deiner hat sich grad noch bewegt. Nee, warte, hier ist einer. Ja, dann vorsichtig. Hab ihn. Angeschossen, der steht nicht. Hinter dem Wagen liegt der. Ich hab ihn gerade umgeschossen. Schlingel! Oh Gott. Lauf! Da ist noch einer, da ist noch einer. Okay, dann zurück. Nicht, dass der gleich ans EMG geht. Ich glaube, der ist verblutet. Okay, warte, 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 warte. Wollen wir den Geschützwagen nehmen? Ja, ja, okay. Okay. Okay, zwei in den Lastwagen und zwei in den Geschützwagen. Nee, geh dir in den Geschützwagen, oder? Ja, aber dann kann ich dir doch helfen. Wir müssen nach hinten. Fuck. Es kommt noch Helikopter, die können wir noch absnipe nehmen wollen. Ja, aber guck mal, hinter uns ist schon einer. Oh Gott, oh Gott. Maudado? Tür zieht sie, Tür zieht sie. Manu, gib Gas einfach. Ich find ein eigenes Auto. Nee, ne meins. Da kommen noch welche. So, gib Gas. Achso, ne, wir müssen umdrehen. Wir müssen da hin. Achso. Durch die, genau. Ihr geht vor und ich bin dann hinter euch. Okay, okay, okay. Ich bin der gepanzerte Wagen. Ja, okay, klasse. Das ist doch einfach. Vorsicht, fahr von links. Die Aufgabe ist echt einfach. Äh, Palu, wer auch immer im Geschütze sollte die Helikopter da rechts über dem Meer abschießen. Ja. Und nicht zu schnell. Okay, Maudado macht das. Also ich bin sehr weit hinter euch, ne? Maudado, hast du dich gemutet? Oh, oh. Ich hab ganze Zeit Sachen gesagt. Nicht schlimm. Warst du lustig? Ich weiß nicht. Ja, dann ist nicht schlimm. Ich verstehe auch nicht, warum du das immer wieder machst. Perfekt. Hinter uns, hinter uns kommen Leute. Oder? Ja. Ja, wir müssen langsamer fahren, damit wir Manu beschützen können. Ne, Manu hängt die alle ab. Hallo, ich bin schon da. Töte mich über den Typen vor mir. Okay, dann, okay. Ich bin die hintere Front. Warte, was macht ihr? Ja, warte, ich bleib hier kurz stehen. Oh, da kommt... Oh, weiter, Manu! Hinter uns! Ja, genau, wenn ich... Hab ihn schon getötet, Manu. Alles safe. Okay. Manu, jetzt fahr doch endlich! Okay, ich fahr mal durch, ich fahr mal durch. Der töte mich jetzt, ne? Das sind zwei. Nice, nice, nice. Ja, fahr einfach dran vorbei. Ja? Oh Gott. Geht nicht. Hab ihn erschossen. Schaffst du, Schlängel, schaffst du. Ich glaub an dich, du bist der Beste. Lebt deinen Traum, denn er war... Da kommt ein Helikopter da oben. Ich bin weg. Ja, den mach ich, den mach ich. Ich bin weg. Oh Gott, oh Gott. Maudado, Maudado. Hab den Hedi, hab den Hedi. Da vorne ist ne Straßensperre. Ey, kommen Maryweather? Was? Hinter uns, hinter Hilfe. Ich komm... Ja... Ich balle schon rein, einer ist da. Ich balle auf den Hedi. Okay, ich... Ja, sauber. Glaube ich. Weißt du, welche Richtung machen wir? Ich fahr durch, ich fahr durch. Okay. Aber... Der hat gut Schaden gemacht, der Typ. Vor uns immer noch einer, geh auf den vor mir. Genau. Zack. Ja, kannst du auch schon abhaken. Oh! Habt ihr hinter uns aufgehalten? Den Fahrer erschossen? Alles gut. Okay, da kommt jetzt glaube ich auch... Ne, ich schieße nur noch Sachen vorne ab. Du musst da von unter ihnen kommen. Nice. Let's go! Let's go Broncos! Let's go! Oh oh! Da ist er, oder? Da ist er einer. Habt ihr den Fahrer? Ja, wir haben ja auch so an den. Oh, da links ist aber... Oh nein, da links ist noch einer. Ja, den hab ich schon... Da hab ich schon... Ja, sehr gut. Okay. Ja, muss man kaputt machen. Ja! Ja! Ah, wir haben's. Überbringen den Lastwagen zum Übergabeort! Ah, sauber Leute! Das war... Oh, hallo! Oh! Hey, was macht der denn? Der ist ja noch drauf. Seid ihr... Ne, das sind einfach... Oder? Ne, ne. Meriweather ist futsch. Okay. Genau, einfach alle mitnehmen, die ihr seht. Das ist immer... Oh, Alter! So, nochmal drüber touren. Oh, hallo! Hey! Nein! Der war nice! Der ist doch noch da. Ich bin gerade jemanden umgefahren. Oh, ach wie geht's? Oh, ach wie geht's? Oh nein, nein. Unfall. Er ist da! Alla... Ja, ich muss da rein. Nee, sich gar nicht ein. Hä? Aua? Muss da rein. Ich brenne. Leute, ich brenne. Hilfe, es ist gleich vorbei. Das wär's. Wir haben Verstärkung! Ja! Oh, Alter! Zauber! Oh, da kommt der Aslak! Oh, genau! Aslak! 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 Oh, hey! Ja, du warst ja auch Erster. Oh! Halla, sieht gut aus. Ja, 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 ja. Oh! Da schwitzt jemand unter den Achseln. Ja, mein grauer Starr! Bestanden! Und? Nein! Weil er die Leute umgebracht hat. Fahrer werden einfach nicht mehr wertgeschätzt in dieser Gesellschaft. Das ist traurig. Das ist wirklich traurig. Aber ich hab Level 3 Nachtseite, das ist nicht traurig, das ist schön. Nee, das ist wirklich krass. Party? Bitte? Weil wir ein Auto irgendwo hingebracht haben. Ja! Ja, das eine Mal haben wir irgendwie mit hier, mit Tyrone was gemacht und... Leute, ihr seid ne einzige Enttäuschung. Ja! Ja! Ich hab's überlebt! Was? Du bist der einzige Erlebnis? So, Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall ne kleine Bewertung da. Schaut unbedingt bei Zombie Mordano und German Let's Play vorbei. Und ich lebe einfach. Ha! Ciao, ciao! Loser! Ciao, ciao! Tschüss! Tschüss!